Ich bin Amanda Tschumi. Ich mache Leo als Bootfachwart für Eponautik. Das ist wie ein Hobby zum Beruf gemacht. Gibt es etwas Schönes als auf dem Bordensee zu arbeiten? Es gibt so viele coole Sachen im Beruf und ich persönlich bin auch voll der Seemann. Also ich finde mich fasziniert, volles Wasser. Ich mache sehr gerne Servicearbeit an Motoren. Zum Beispiel eine Fehler suche, wenn es irgendein Problem gibt. Es gibt coole Mitarbeiter, einfach ein cooles Team und ich finde es wichtig, dass der Zusammenhalt stimmt. Und sonst finde ich es einfach eine coole Werft. Bist du Bootfachwart oder willst du es werden? Dann bewirb dich doch bei unserer Website pronautik.ch und dann sehen wir uns sicher schon bald auf dem See.